mein und herzlich willkommen meine freunde der sonne zu dieser folge ja vorab noch ein paar informationen da wir erst auf die folgende idee während einer späteren aufnahme kamen und zwar ist das hier in jump wird ein best of three das heißt wer als erstes zwei folgen gewinnen hat ja unser kleines format gewonnen und zwar um eine folge zu gewinnen muss man zwei maps als erste geschafft haben also ebenfalls in einer folge besser wer hat nun halt sozusagen diesen folgen punkt gewinnt wie gesagt wir kamen erst später drauf und deswegen ja wollte ich einfach mal diese vorab ankündigung machen und dann wünsche ich viel spaß beim video was geht und herzlich willkommen zur zweiten folge minecraft jump hole du es also ich weiß noch nicht ganz wie ich diese serie nennen werde auf jeden fall spielen wir heute ein best of three mit den lieben sidex hallo und damit auch herzlich kommen meine zuschauer wir machen keine doppelaufnahme dadurch könnt ihr halt dieses duell aus zwei sichten sehen und habe dadurch kappelten spaß das heißt schaut bei den jeweils anderen vorbei und das gehen auf jeden fall haben wir uns gedanken gemacht wir machen wollen was ist one kann die halt irgendwie extra auf so ein duell ausgelegt sind die erste wird jetzt auch starten dann ist jetzt etwas länger dauert zum laden würde ich sagen sehen uns dann gleich in der map wieder so da sind wir auch in der map ja spieler eins spieler zwei ich bin spieler eins okay pass ja gut so dann würde ich sagen geht's los in drei zwei eins okay die map ist auf jeden fall schon mal sehr gut aufgebaut auch für so ein one versus one das ist nice wenn leute sowas bauen ist nicht schlecht noch mal zur information das ist nur best of free die leute die ist so wie ich am anfang nicht mitbekommen haben dass es gesagt hat ist nicht schlimmer ihr seid auch nur menschen ja so als ob man den sprung schaffen kann ich glaube ich zumindest als ob du den sprung geschafft hast ja da gibt es auch einen ich weiß ich ob du den befolgt ist double jump oh god nice hä hä wo geht's hinein hä hä ich hab gecheent ah jump boost wow mal sehen ob du das mitbekommst aber das ist ja eigentlich ein hartes duel ok du hast das mitbekommen hier gibt es keinen Spaß aber bist du nah an mir dran ich hab ich einfach kurz meinen jump boost nicht bekommen hochkonzentriert von allen zeiten ich weiß ich wohin muss auch nicht ach ich weiß wohin muss ich hab den checkpoint nicht bekommen nice und was so ärgerlich geworden ich hab die erste ohne gewonnen so nun sind wir in der zweiten map und ich würde sagen wir fangen einfach direkt an ok in die andere richtung das habe ich bei der ersten map besser gemacht dass man so nebeneinander war könnte man wenigstens den gegner noch nicht besser hoffen ja jetzt halt extort mich gerne ja das war ich tage macht wortwörtlich oh ok ich sehe schon der sprung kann stressig werden ok ok ich hab nicht springen sollen als ob du es einfach schon geschafft hast dies ist ein ok 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 jetzt hab ich noch list oh no ok 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 und dann geht es hier aus um ah ja hier ist ein Block ah hallo ich bin neben dem ja nein nein ich habe es auch nicht geschafft oh mein god nein Sidx darf nicht gewinnen Sidx muss gewinnen warum stelle ich mich denn jetzt so blöd an und zeigt der sprung hier ist halt ein bisschen hässlich Sidx aus ok ok checkpoint Sidx ach Alex nein nein Philipp hör auf mich an zu schlubsen ne der ist jetzt mit wir haben ihn vorher ein bisschen hier einen test Hör bitte auf holt ich sehe doch schon wie du da wartest man ja aber es geht ja noch weiter danach du kannst noch einen holen weil hier musst du mit Speed hä ist es nicht das hier ey warte mal das über der Lava das schafft man gar nicht doch sicher ich habe es auch geschafft das schafft man doch gar nicht ne nur deine Seite schafft man nicht ach man yes nice hör doch auf abzufacken alter und da ist er heute auch noch im Ziel gut gemacht herzlichen Glückwunsch gut also wenn euch die folge gefallen hat dann wird uns auf jeden Fall sehr ein Abo freuen wie bereits am Anfang gesagt ihr dürft gerne am anderen Kanal vorbeischauen hier nochmal das Video positiv bewerten und ein Abo da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten wieder wieder bis dahin tschüss tschau